Mein Mann und ich sind vor fünf Jahren aus Polen nach Deutschland gekommen, weil wir hier Arbeit gefunden haben. Es gefällt uns sehr gut in Deutschland, besonders jetzt in der Wohnung hier im Haus. Endlich hat unser Sohn sein eigenes Zimmer. Bald möchten wir noch ein Kind. Dann wollen wir ein Haus auf dem Land kaufen. In einem Dorf ist es einfach 20 viel besser für Kinder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017